Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lager und ich höre euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Chiefwing Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal unter Quests, dann Dragonflight, finden. Und da haben wir einmal Retter der Relikte. Und dafür müssen wir ein paar Relikte bergen. Und zwar sind es insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Und ja, da müssen wir bei dem Event Archive von Azeroth teilnehmen, einem großen Buddeln. Und wo befindet sich das? Wir sind einmal hier im Azurblauen Gebirge. Und dort sind wir auf den Koordinaten 56, 51. Und dort ist ein neues Event seit Patch 10, 2, 5. Und dieses Event findet immer zur vollen halben Stunde statt. Und zwar funktioniert es folgendermaßen um 0.30 Uhr, um 1.30 Uhr, um 2.30 Uhr und so weiter. Das Ding geht zwar immer 10 Minuten und besteht eigentlich aus zwei großen Phasen. Die erste Phase könnt ihr ein bisschen buddeln, beziehungsweise ein paar Events spielen. Und in der zweiten Phase tötet man einen Boss. Und das Achievement spielt in der ersten Phase. Ihr habt quasi um dieses Camp hier rum so Ausgrabungen. Da könnt ihr einfach draufklicken. Ihr seht dann auch, hier gehen die Prozente hoch. Umso mehr Leute draufklicken und hier ausbuddeln, umso schneller geht es hoch. Und wenn ihr hier drüber fahrt, dann seht ihr, wenn da jetzt nicht so viele Leute stehen würden, was ihr rauskriegt. Hier kriegt man zum Beispiel eine Statue raus. Hier drüben, was haben wir da? Das ist schon weg. Hier haben wir eine Urne zum Beispiel. Oder was ist hier oben? Eine Statue. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen. Müsst ihr einfach anklicken. Das Ganze ist auch Battle.net accountweit. Also ihr könnt es in verschiedenen Events spielen und auch mit verschiedenen Chars. Ich habe, glaube ich, alles in einem Event gekriegt. Das ist ein relativ einfaches Achievement. Und wie gesagt, ihr könnt jede Stunde ja hierher auch mit unterschiedlichen Chars und hier einfach die Sachen anklicken. Und wenn ihr alle angeklickt habt, dann gibt es das Achievement. Mehr ist es nicht. Das ist eine relativ einfache Sache. Und ja, dann drücke ich euch mal die Daumen, dass ihr auch alles in einem Run schafft. Und wenn es nicht der Fall ist, könnt ihr das auch in ein, zwei Events abschließen. Jutti, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich zeige euch nochmal auf der Map, wo das Ganze ist. Hier unten. Und dann sind wir auch schon durch mit dem kleinen Achievement Guide. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.